Oh fuck. Hoch rein, alles gut? Achso. Sind sie sicher? Ey, hack da die Zarina. Achso, okay. Warte, was machen wir hier? Das sieht nicht gut aus. Ich steh irgendwie falsch. Was? Ist Mainbuilding hoch? Okay, Achtung, Falle. Jo. Ich frage, ist, hat er hier abgechirpt? Nee, ich glaub nicht. Sieht nicht so aus. Ich hab tatsächlich die Option, dass ich springen kann. Interessant. Oh, was? Wieso ist er hier? Scheiße. Guck mal, da war eine Falle. Oh. Ich hab dich gerettet damit. Danke. Entschuldigung, ich weiß, du hättest dich voll heilen können. Aber ich wollte unbedingt sehen, wie es aussieht, wenn ich auf Springen drücke. Es tut mir leid.